Die Vorweihnachtszeit gehört zu den schönsten im Jahr. Stoll und das Möbelhaus Avanti haben sich deshalb etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Vom 1. bis zum 24. Dezember wartete auf alle Stoll-Leser eine kleine Überraschung hinter den Türchen des Stoll-Adventskalenders. Basteltipps, Spiele, Rezepte, Nachdenkliches, Besinnliches und Gedichte stimmten auf das Fest der Liebe ein. An zwei Tagen wartete eine besondere Überraschung auf die Stoll-Leser. Zunächst mussten sie im Memo-Spiel ihre Schnelligkeit beweisen, um sich dann in die Reihe der Sieger einzureihen. Das Memo-Spiel von Stoll war ganz toll, auch wieder heuer. Ich freue mich unter den Gewinnern zu sein und bei der Preisverleihung von Avanti mit dabei zu sein. Am Donnerstag schauten die Gewinner im Möbelhaus Avanti vorbei. Von Harald Gasser von Stoll Werbung und Marketing erhielten sie ihre Weihnachtsgeschenke und rundeten den Abend bei einem guten Glas Sekt und kleinen Häppchen ab. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.